Ey Leute, was geht ab? C.U.S.T. hier. Wir spielen gerade zum allerersten Mal Bomberman seit Ewigkeiten wieder. Wir haben noch nie Bombermans. Obwohl wir haben schon gespielt, da hab ich aufgewonnen. Mal gucken. Echt? Okay. Ja, ja. Ich meine mich so zu erinnern. Hast du echt? Ja, ich hab gerade eben schon eine Runde Bomberman aufgenommen, bloß ich hab vergessen den Chat zu deaktivieren von einem Twitch-Stream. Das heißt, es war gerade voll Gas im Bild, ein Chat. Das war nicht so cool. Und wär glaub ich in der Aufnahme ein bisschen störend gewesen. Daher probier's jetzt nochmal. Für diejenigen, die's nicht wissen, Bomberman ist ein Spiel, da kannst du Bomben legen und musst gucken, den anderen Spieler auszuschalten. Man kann Items einsammeln, hier einmal Flammen vergrößern, hier ist, kann man... Was hast du getan? Keine Ahnung, die, die Flamme, die Animation war länger als die Flamme, also... Das hast du gut gemacht. 1-0 für mich, juhu. Ne, war eine Übungsrunde, machen wir jetzt nochmal ordentlich, oder? Ja, klar. Okay, ich bin der rote Pinguin unten, by the way. Und Lin ist oben, wirft gegen die Wand, sehr schön. Ja. Und, äh, ja genau, wir gucken jetzt, was kommt. Okay, los geht's. Man hat komische Bräuche bei dir, trinkst du währenddessen... Sag mal... Ich bin ein bisschen unkonzentriert. Du hast doch gerade mich voll zerstört in der Aufnahme, die da online geht. Warum verlierst du jetzt ständig? Kann ja nicht sein. Keine Ahnung, ich glaub, du machst mich nervös. Vielleicht will ich, dass du, dass du gut aussiehst in der Aufnahme, damit die Leute nicht vermögen oder so. Ich glaub, die Leute würden es mehr feiern, wenn du mich komplett zerstörst. Dann versuche ich das nach. Ja, voll Gas jetzt. Ne, ohne Scherz, das ist kein Scherz. Ich hab eigentlich gerade dauernd verloren und jetzt plötzlich, wo die auch immer läuft, kann die nicht mehr. Ich glaub, die hat ein bisschen Lampenfieber oder so. Ja, ich bin eigentlich... Weißt du, ich... Das ist alles Fake-Selbstbewusstsein. Mhm. Alter. Hehe. Das war gemein. Tja, selber schuld. Wenn du nicht aufpassen kannst. Boah, Alter. Das war ernst zu früh. Du musst aber aufpassen, dass du dich selbst zerstörst, gell? Oh Gott. Mach mal Items nicht kaputt. Aber das war mein Plan. Du, du und deinen blöden Bomben. Was machst du denn da? Hör doch mal auf jetzt. Ja. So. Was, du kannst eigentlich schon lange hier... Oh Gott. Ja. Das ist richtig Stress. So. Oh. Da. Echt? Ja, ne, bin ich aber nicht nicht. Also... Ja, die Verbindung ist manchmal nicht so... Uh, 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 uh. Nein, Item kaputt gemacht. Äh, boah, mach ich da oben eigentlich gerade? Jetzt warte mal auf. Alter. Alter. Machst du mich nervös. Stirb! Nein! Ja! Ha! Ein bisschen zu früh! Ein bisschen! Oh nein! Das ist gemein, das ist gemein, gell? Man glaubt nicht, wenn die Flamme weg ist, darf man laufen. Aber darf man nicht, darf man nicht. Boah, Alter. Ich bin... Hä? Wo bin ich? Ich bin schon wieder oben. Achso, ich, ja, ja. Ich hab gerade auch versehen den Bildschirm nicht aktiviert gehabt. Äh, krass. Das war's 1-0 für mich. Das ist das Spiel, ey. 1-0 für mich, Leute. Mhm. Mhm. So, oh Gott. Ja, das Spiel macht einen echt panisch irgendwann. Ich weiß nicht, ich finde das ist eigentlich relativ relaxend. So. Oh Gott. Das ist ja wie, wie im Krieg hier. Habe ich schon mehrere Wunten eigentlich? Ja. Ja. Bäm. Bäm. Äh, stimmt das eigentlich, dass Julian Bäm geheiratet hat? Oder war's noch ein Scherz? Das gibt's doch nicht. Was machst du denn eigentlich? Ja, ich achte nicht auf die Animationen. Du musst auf die Animationen achten. Ich, ich achte auf die Animationen. Ich verspreche es dir. Du warst doch, du warst doch eben wirklich so. Das war eben so gut. Das, das, das war kein Scherz, Leute. Die hat mich grad voll fertig, die hat mich voll abgezogen. Ja, wenn ihr's sehen wollt, dann guckt auf den, auf den, äh, auf den Twitch-Channel von C.O. Oder ist das als Video on demand? Ja, folgt mir auf Twitch. Genau, mach das mal. Aber niemand schaut Videos auf Twitch. Na, es gibt viele Leute, die das machen. Echt? Bei meinem Channel wurde sich schon beschwert, dass ein paar Videos gefehlt haben. Oh Gott, oh Gott. Hm. Konnte ich nicht mal was dafür, das war Twitch. Ich hab auch gesehen, man konnte sogar, man kann sogar Videos einfach so hochladen. Also nicht nur Twitch-Aufnahmen, sondern... Mhm. Also wie auf YouTube-Videos hochladen. Macht bloß irgendwie bloß keine Sau. Nee, das fand echt schöner. Aber das Video on demand nutzen nicht viele. Na ja, klar, wieso nicht? Alter, wie viele Items. Echt krass. Ich wollte dich eigentlich einsperren. Oh, das hat aber nicht geklappt. Weißt du, du denkst immer, du kannst hier machen, was du willst. Aber in Wahrheit muss seine Tat folgen haben. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Du, heizt mir hier ein. Oh ho 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 ho. Oh ho 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 ho. Oh ho ho. Oh, oh ho 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 ho. Da, hier! Bisschen Action hier! Jetzt machen wir mal ein bisschen Ramazamba da! Da, da noch eine Bombe! Und, und, und hier noch eine… Oh Gott, oh Gott. Und hier noch eine Bombe! Nee, Gegenfeuer. Gegenfeuer, Leute. Da, fang jetzt schwitzen an. WeLady. Ich mein natürlich, oh Gott, es tut mir echt voll leid. Es tut mir leid. Hast es nicht gut gemacht, aber... Vielleicht winst du ja jetzt. Ja, vielleicht schaff ich's jetzt. Jo. Okay. Hat man das gerade gehört? Ich bin ja gerade draußen, da hat ein Auto einen richtigen Bird hingelegt. Also, ich bin schon Reifen davon gefahren. Ich hab nix gehört. Ich leb ja voll im Ghetto. Ich freu mich schon voll, bei der Aufnahme zu hören, wie mein Schrei des Sieges übersteuert, dass gerade das Wienkirche immer so kratzt. Das wird bestimmt witzig. Das wird sehr komisch, ja. Ja, dann merkt man es richtig, wie sehr du dich freust. Ja, genau. Das ist Absicht. Ich finde, du sammelst mir ein bisschen zu viele Items. Das ist alles Taktik. Vielleicht muss ich's bald mal unterbinden, hier. Ähm. Ja, das war sehr... So. Jo. So. Geil. Da, Gegenfeuer. Oh Gott. Nein, nein! Mach mich nicht panisch. Doch, 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 doch. Ich kann dich auch ja panisch machen. Okay, hier schnauf. Verdummt. Nein! Ah! Ah! Schlecht! Lynn ist unglaublich! Okay, hier schnauf. Ein einziges noch, ja. Ein einziges. Letzte Runde. Wer das gewinnt, ist der Gewinner. Oder so. Ja. Aber wenn ich das sage, verliere ich meistens voll. Ja. Ja. Du machst das schon. Wenn du dir ganz viel Mühe gibst und nicht glaubst, ist alles möglich. Dann kannst du sogar einen Zeo besiegen. Einen absoluten Obermeister in Bomberman. Na, du machst mich einfach nervös. Also mach ich dich nervös. Hä? Also mach ich dich nervös. Ja, du machst mich nervös. So. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Was gäbe es da jetzt so was ganz Kritisches? Ne, echt mal schäm dich mal. So. Hab ich eigentlich schon mehrere Bomben hier? Ich irgendwie auch nicht. Das sind sie heute so ein bisschen. Ich kann nur noch eine Bombe nur legen. Das wird echt schwierig, jemanden zu töten, wenn man nur eine Bombe hat. Aber wie ich dich kenne, läufst du sowieso bald wieder in eine Bombe rein. Also passt das dann schon. Extra Bombe. Da. Doch. Oh Gott. Oh, gut, oh Gott. Das ist doch Schiebung. Schiebung. Ich meine, nein, es tut mir echt leid. Oh Gott, nein. So, Leute. Das war ja mal echt 100%-Sieg. Jeder Schuss ein Treffer. Nein. Weißt du oder lachst du? Kann ich rauserkennen. Nach beidem irgendwie. Ja, Leute, wir sagen, bewertet den Pod. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mich gewinnen zu sehen. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, CEO macht die Lin fertig. Ciao. Servus. Servus. Ja.